So, herzlich willkommen bei SasaTrading. Da wir nun in den letzten Tagen sehr viele Anfragen bezüglich unseren Side-by-Side-Kühlschränken als auch Kombi-Kühlschränken erhalten haben, will ich euch hier nochmal unsere PKM Side-by-Side-Kühlschränke mit Wassertank vorstellen, die wir direkt bei uns auf Lager haben in einem Inux-Design. Und diese sind original verpackt. Und zudem haben wir hier nochmal für euch Gefrierschränke mit 1,50 Meter Höhe. Und davon haben wir auch nochmal reichlich an Ware bei uns auf Lager. Und das original verpackt von der Firma PKM. Dazu gibt es nochmal Bilder heute Abend, dass ihr seht, wie der Kühlschrank innen aussieht, beziehungsweise äußerlich ohne Karton. Also schaltet sehr gerne ein. Vielen Dank fürs Zuhören.